Seit über 90 Jahren steht die deutsche Firma Stiebel-Eltron für innovative Lösungen in der Haus- und Systemtechnik. Mittlerweile hat sie weltweit Niederlassungen und ist auch seit mehr als 35 Jahren in der Schweiz vertreten. Nachhaltigkeit ist dabei ihr zentrales Thema. Das merkt man auch an ihrem neuen Geschäftssitz. Jussi Brändli hat den Geschäftsführer Paul Stalder getroffen. Herr Stalder, wir sind hier im neuen Firmen-Sitz von Stiebel-Eltron Schweiz. 12,7 Millionen Franken hat das gekostet. Wie haben Sie sich eingelebt in diesem Energy Campus? Im Energy Campus haben wir natürlich sehr gut eingelebt. Er wurde genau so, wie wir es gerne hatten. Und es ist auch gut angekommen bei den Kunden. Die Kunden kommen hierher. Das war unser Ziel, dass wir ein Offenungshaus haben. Wir haben die Minergie-IP gebaut, wir haben ein Label erreicht. Das sind alles so wichtige Faktoren für uns und darum hilft uns der Bau auch im Marktumfeld. Und alle reden von Energiewende weg vom Atomstrom. Sie haben sich jetzt aber mit Ihrem Unternehmen Wärmewende auf die Fahne geschrieben. Was steckt da genau dahinter? Wir wollen weg von den Fossilen. Also von dieser Wärmerzeugung, die mit Öl gemacht wird, die mit Gas gemacht wird, die mit Kohle gemacht wird, die CO2-Ausstoss haben, die Katastrophen sind, die wir auch weg wollen. Und wir haben Produkte, damit wir die Wärmewende arbeiten, mit Wärmepumpen, die umweltfreundlich sind, die keinen CO2-Ausstoss mehr haben, die energieeffizient sind. Das ist die Wärmewende. Trotzdem hat das noch nicht jeder bei sich zu Hause, oder? Auf was liegt das? Könnte das am Preis liegen? Ja, das kann sicher auch am Preis liegen. Und wenn heute jemand saniert, dann sagt, okay, ich gehe zuerst in die Gebäudenhülle, in die Fenster sanieren, was auch Sinn macht. Und sagt, mit der Wärmerzeugung warte ich noch und lasse das Öl noch drin. Der Ölpreis ist übrigens sehr günstig. Dann hat auch die Technologie von diesen Geräten, von diesen Ölgeräten, die haben auch aufgeholt, sind besser geworden. Und dann sagt man, okay, dann lasse ich jetzt noch einmal das Öl drin oder tue einen Gaskessel rein, der sehr, sehr günstig ist, und tue dafür dann mehr in die Gebäudenhülle oder eben in die Fenster investieren. Und was sind eure Zukunftspläne? Eben, sie sagen selber, der Ölpreis ist im Keller. Also eigentlich fällt wie ein Argument weg. Nein, da gibt es natürlich ein Haufen Argument, die noch dafür sprechen, dass man diese Investition tue Tätigen. Stellen Sie sich vor, sie brauchen weniger Platz, sie brauchen keinen Chemiefeger mehr, er stinkt nicht mehr, Entschuldigung, aber der Geschmack, den man hat, der Ölgeschmack, ist weg. Man hat eine Stabilität in den Preisen, obwohl immer gesagt, die Strompreise schwanken, die schwanken bei Weitem nicht so wie das Öl und Gas. Man hat den Stress nicht mehr vom Öleinkauf, die Caterings, also ich würde mich mega stressen, wenn ich jetzt 2'000 Franken Öl ausgeben habe, und am anderen Tag wäre es 500 Franken billiger, oder? Das haben sie nicht. Nachhaltigkeit, oder? Jeder kumpt auf den grünen Zug auf. Ich meine, das gehört man überall, erneuerbare Energien. Man kann es ja eigentlich fast nicht mehr hören. Schadet euch das vielleicht sogar ein bisschen? Nein, denke ich nicht. Wir fokussieren nicht auf die Nachhaltigkeit alleine, sondern wir fokussieren auf den Mehrwert, wir fokussieren auf die Vorteile, die er hat. Und die hat er auf die Bequemlichkeit, die er hat, auf die Unabhängigkeit, die er hat, auf das fokussieren wir uns. Also denke ich, das, was mit der Nachhaltigkeit kommt, denke ich nicht, was das schadet. Herr Stalter, seit über 30 Jahren sind Sie bei diesem Unternehmen, bei Stibel Eltrond, zuerst als Aussendienstmitarbeiter und seit über 10 Jahren als Geschäftsführer. Was halten Sie so lange an dieser Firma? Das sind verschiedene Faktoren, die hier mitspielen. Da bin ich natürlich überzogen vom Produkt, das ist keine Frage. Das hat mich immer fasziniert und ich war immer davon überzeugt. Und ich glaube, das bestätigt es auch, dass wir hier sagen, wir sind die Marktleiter in der Schweiz. Das andere hat mich das familiäre, die familiäre Atmosphäre, die man hier hat, direkten Kontakt zu den Inhabern. Die Firma ist nicht börsengutiert, das spürt man. Herr Stalter, danke vielmals. Haben Sie Zeit gehabt, weiterhin viel Erfolg, schönen Abend. Danke vielmals. Wunsch ich Ihnen auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.